Nein, 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 nein. Erzähl mir nicht, du kennst ein Riesengeheimnis und dann gehst du einfach, Mann. Sorry, Baby, die Information ist Gold wert und du willst sie nicht bezahlen. Okay, schön, schön. Ich tune deine ECU, okay? Erzähl's einfach, Mann, okay? Ein Kumpel von mir macht Pause im Diner. Er hat Travis und Nakai-san gesehen. Okay, Spike. Lügst du mich an? Und ich schwöre, ich mein's ernst. Hey. Nakai-san? Who is this? Jörgschuk, ne? Kimi-tach-ga-wasa-no-master-builder-anmustelle-gum, da ne? Jörgschuk. Yo, ich bin Spike. Alles klar? Do mo. Kare-ga-opo-tut-eis-da-ne. Ey, was sagt der da über mich, ha? Halt die Klöppe, Spike. Ich erklär das mal, äh, uns auszudrücken ist das, was uns vereint. Aber kein Auto ist gleich. Jeder Wagen ist anders. Kur-ma-no-kaiso-a-jeko-hyo-gen-da. Komm, ich zeig dir alles. Okay. Vielen Dank.